Hallo, ich möchte euch heute den Adria Capri 2004 vorstellen, eine gemodierte Rennstrecke. Wir fahren fünf Runden und ich bin schon die Qualifikation gefallen. Mit dem Timing habe ich sogar eine gute Zeit zusammengebracht, 1.28.5. Und jetzt machen wir das Rennen. Ich fahre übrigens mit Opel Commodore aus dem Retro-Pack. So, da haben wir es. Das ist eine da richtig gestreckt. Das ist eine da richtig gestreckt. Das ist die langsächste Prüfe. Wir gehen mit der ersten Prüfe. Das ist die Schikane. Das ist die große Fahrt, der Schatz. Das ist ganz leicht zu fahren. Da muss man schon 150 kmh prämpfen. Das hört man keine Chance. Moment. Moment. описании. Schikaner 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein bisschen trippend, ja. Der Weg, die Gegner, schon. Yippie! Also, dir gefallen mir wirklich diese Autos aus dem Retro-Break. Ein bisschen Anhänger von Rallye-Trophy, Getrelegenz und ähnlichen Spielen. Also, danke fürs Zuschauen.